Offenbar, sie ist ja mit einem kompletten Medaillensatz von den Europameisterschaften aus München zurückgekehrt. Erstes Flugelement, super gegriffen, direkt verbunden, ohne Zwischenreise an den unteren Holmen, Martina Macio. Super, praktisch aus Nullschwung, das zweite Flugelement, Kacchew-Gretschi, schön ausgedürmt. Das heisst, sie hat die Handstandpositionen am Schluss des Elementes, auch hier beim Ausstossen, schön fertig im Handstand. L-Griff verhalten. Abgang, Macio. Ja, super Übung von Martina Macio, die in den Buschdach auftreten. Hat sie vorbereitet im Hinblick auf den Swiss Cup, war nicht beim internationalen Wettkampf in Chiasso. Der am vergangenen Mittwoch stattgefunden hat. Da wurde sie, da war Alice D'Amato, hat diesen Wettkampf gewonnen. Nun am Swiss Cup, also Martina Macio.